Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Diablo 4. Das Campfire ist vorbei und wie versprochen hier eine Zusammenfassung von allem, was vorgekommen ist. Wobei ich direkt sagen muss, allem wird es nicht, weil ungefähr 85% davon habe ich schon im Gestrigen bzw. im Video über die Season erzählt, weil da gab es nicht viel Neues. Und ich muss auch allgemein sagen, das war mit Abstand von allen Campfires, die ich bisher gesehen habe, der Chat, ich war live, wird es bezeugen können, mit der langweiligste. Also wo ich früher noch voll gerne die ganzen Unix gesehen habe, die Legendary Aspekte, die Buffs und Nerves, das gab es alles nicht. Es wurden zwei Unix gezeigt, da gehen wir auch gleich sofort drauf ein, weil das ist mit der Spannendste gewesen. Aber ansonsten wurde echt nicht viel gezeigt, es war richtig, richtig viel bla bla bla, ohne wirklichen Inhalt, was es ja beim Campfire oft ist, aber dieses Mal war es wirklich extrem. Vielleicht war es auch dem geschuldet, dass die nicht in der Hauptzentrale in Irvine waren, sondern in New York, dort mit zwei neuen Personen, die wir nicht kannten. Einmal Quest-Designer für die Questline, hat also viel über die Questline erzählt und ein Dude, der allgemeiner, glaube ich, Game-Designer war, ist aber auch nicht so relevant. Einfach für euch als Information, viel wurde noch nicht gezeigt. Heute kommen erst die Patch-Notes, das habe ich auch nicht verstanden, wieso die Patch-Notes einen Tag später kommen. Also normalerweise kommen die Patch-Notes ja nach dem Campfire und jetzt müssen wir einen ganzen Tag warten. Das heißt, die ganzen harten Facts, also das, was wirklich spannend ist und das, was ich auch wissen will, erfahren wir erst heute Abend. Weil wir wissen ja, Deutschland ist ja in der Zeit etwas später als USA, deswegen werden die Patch-Notes erst heute Abend kommen. Deswegen gibt es morgen nochmal ein Update-Video, gefällt mir selber auch nicht, aber da müssen wir jetzt einmal durch. Aber jetzt schon mal das, was im Campfire gezeigt wurde. Da würde ich sagen, gehen wir direkt auf die beiden Unix ein, weil die waren wirklich spannend. Da haben wir einmal einen neuen Helm für den Magier. Der ist leider mit Blick auf Uber-Unique-Helme wie Harlequins Krone nicht so gut, bringt aber einen coolen neuen Effekt und eventuell einen Meteor-Bild hervor. Und zwar könnt ihr den Meteor jetzt zweimal mit einer Abklingzeit beschören und der kostet keine Mana mehr. Zusätzlich, das seht ihr auf dem Foto, droppen noch drei Meteore mehr um euer Ziel und die Verzauberung Meteor droppt auch nochmal ein Meteor mehr. Also können insgesamt sechs Meteore fallen, das ist schon sehr cool. Ist aber leider ein Helm. Das vielleicht gepaart mit Harlequins Krone und dann nochmal vier Level auf Meteor. Wobei, der Helm gibt auch vier Level auf Meteor. Muss man mal schauen, für alle die vielleicht keine Uber-Unix haben, ist das auf jeden Fall eine sehr coole Variante, womit man definitiv Meteor spielen kann. Außerdem wird es einen neuen legendären Aspekt geben, denke ich mal, so haben sie es gesagt, der sich um die Hydras kümmert, weil die waren ja relativ schlecht in der letzten Season, beziehungsweise jetzt in der Season oder überhaupt. Gab es jemals ein Hydra-Bild, nicht wirklich. Da wird es einen neuen legendären Aspekt geben, der sich um die Hydra kümmert. Und dann wurde noch ein Unit gezeigt für den Druiden und das finde ich, ah das finde ich cool und da habe ich richtig Bock drauf. Und zwar geht es hier um Handschuhe. Erstmal geben die Handschuhe bis zu 12% Crit Chance, das ist schon mal sehr wichtig, weil das ist ein sehr wichtiger Faktor auf den Handschuhen, wäre das nicht drauf, wäre schwierig geworden. Es gibt vier Ränge zu Lightning Storm, es gibt vier, äh drei Ränge zur Passive und nochmal 24% zur Lucky Hit Chance. Das heißt, man kann da auch ein bisschen auf Lucky Hit gehen. Und der Effekt von dem Unique ist, dass der Lightning Storm einen zusätzlichen Blitzeinschlag macht, jedes Mal, wenn er größer wird. Ich glaube am Ende sind es, berichtigt mich, ich habe es jetzt nicht nachgesucht, ich meine es sind sieben und dann wären es am Ende acht. Und zusätzlich, das ist das Krasse eigentlich, ähm gibt es nochmal eine erhöhte Crit Chance. Das heißt, man kann Druiden extrem auf Crit bauen, gucken wie das funktioniert, ein bisschen, ähm, Verwundbarkeit mit drauf und dann kann der krass werden. Und vor allen Dingen, weil es Handschuhe sind, nimmt das keinen anderen Platz weg. Wenn man dann vielleicht Tierball Zwille drauf spielt und Harlekins Krone, ne Quatsch, ähm, die Storm, äh, den Stormhelm und äh, die richtigen Aspekte drauf, weil dann kann das richtig krass sein, ich hatte auch schon mal in Season 1, meine ich, ein Lightning Storm Bild gemacht, den werde ich dann wieder rauskramen. Und das wird der Bild sein, den ich zu Beginn von Season 3 spiele, wird dann auch spannend sein, wer dieses Unique fallen lässt, von den Endbossen, um das zu farmen. Dann zwischendurch was ganz witziges, sie haben ein neues Pferd angekündigt, dieses schöne Teil hier. Und ich zeige euch einfach mal meine Reaction im Stream, ich glaube der wird ganz deutlich. Das! Was ist das denn? Und aller Gaul, was ist das denn für ein Scheiß? Und das krasse bei dem Ding ist, äh, ihr müsst zwei Subgifts raushauen, um die es fair zu bekommen. Also, ich finde es sehr cool, dass es jetzt für alle Streamer ist. Wir hatten was ähnliches mit dem Mount, ähm, letztes Season, meine ich, war es, äh, wo ihr auch zwei Subs an Streamer geben musstet, aber es war ein großer Streamer, ausgewähltes Streamer. Jetzt das für alle Streamer, das ist ganz cool, aber, Leute, was ist das für ein Pferd? Also, wer gibt denn dafür 10 Euro aus, beziehungsweise 8 Euro aus? Also, Leute, überlegt's euch, wenn ihr das nicht unbedingt sammeln wollt, dann überlegt's euch, das Ding wäre mir nicht 8 Euro wert. Auch wenn ich die zwei Subs natürlich sehr gerne nehmen würde, aber nichts für dieses Pferd, ähm, ja, nur, dass ihr mal gehört habt, das gibt's jetzt. Und dann noch ein paar Worte nochmal zu den Gewölben. Also, ich muss leider, ich muss wirklich sagen, leider eine Sache zurücknehmen. Ich war davon überzeugt, dass die Gewölbe auch ins ewige Reich kommen und nach der Season erhalten bleiben, weil ich dachte, das ist ein cooles Feature, was insgesamt implementiert wird, aber nein, es ist ein Season-Thema. Die Gewölbe und auch die Nightmare-Version von den Gewölben sind nur in der Season verfügbar. Aber, außerdem bin ich davon ausgegangen oder hatte es gehofft, dass man eine extrem krasse Unique- und Uber-Unique-Chance in diesen Gewölben bekommen könnte. Das Ganze spielt mit den Perlen zusammen und mit dem Soll-Turnschutz, aber das werden wir dann alles in der Season erfahren, da will ich euch nicht zu sehr spoilern. Nur hatte ich gedacht, wenn man da ein hohes Risiko eingeht und es sich extrem schwer macht, würde man von der Endruhe, die ja extrem gute Uniques geben soll und Belohnungen, auch Uniques für einen selber geben und vor allem eine Uber-Unique-Chance. Das ist aber nicht so. Allgemein kommt keine neue Uber-Unique-Chance-Quelle ins Spiel. Es bleibt bei Duriel-Runs. Das ist schade. Ich hatte wirklich gedacht, da kommt noch was Neues rein. Außerdem gehe ich davon aus, das wurde nicht 1 zu 1 gesagt, aber ich gehe stark davon aus, dass das die Kiste aus den Gewölben, die Unix zwar gibt, aber die Unix nur für euer Partner, ja, Pokémon ist, für euren Begleiter ist, den ihr damit ausstatten könnt. Eine ganz coole Sache, auch ein kleiner Spoiler. Es gibt dort ein Äquivalent zum Harlekens Krone, der, ich blende es euch mal ein, 4 Ränge zu allen Skills gibt. Der Begleiter, ich glaube sowieso allgemein, dass der Begleiter einfach nur ein Buff-Monster wird. Ich glaube nicht, dass er extrem viel Schaden macht und für euch die Gegner killt. Der wird dabei sein, für euch buffen oder euch buffen und ihr macht weiterhin die ganze Arbeit. Kann man nicht vorstellen, dass der so krass wird, dass der alleine durch die ganzen Gegnerhorden läuft oder einen Boss alleine macht. Also, ja, aber schade. Gewölbe, nur Season-Thema, keine Uber-Unix-Chance, keine Unix-Chance für euch selber, sondern nur die Unix-Chance auf diese Leitsteine. Ja, finde ich ganz schade, ich habe mir gerne eine Euro-Meinung unten rein. Es wurde aber gesagt, dass eventuell die Gewölbe in Season 4, ähnlich wie es war schon aus Season 1 war, in Season 4 reinkommen könnte. Das würde ich auf jeden Fall sehr gut finden, weil das Gewölbe ein Feature ist, was so umfangreich ist und so cool ist, wie ich finde, was auf jeden Fall mit ins gesamte Spiel gehört. Außerdem, die Nightmare-Version vom Gewölbe ist wie ein normales Nightmare-Dungeon und am Ende könnt ihr eure Glyphen leveln. Das bedeutet, eventuell gibt es gar keine Notwendigkeit mehr, normale Nightmare-Dungeons zu machen, sondern wir können einfach die Gewölbe als Nightmare-Dungeons machen, kriegen am Ende die Belohnung und können die Glyphen leveln. Das ist also eine Win-Win-Situation. Noch ein kleines Wort zu den Leaderboards, die kommen erst nach 6 Wochen rein, damit wir, wenn es jetzt in der ersten Woche wäre, nicht komplett reingrinden müssten, um dort eine gute Platzierung zu bekommen. Das ist angeblich der Grund, ob das stimmt, weiß ich nicht. Und was ich mich auch gefragt habe, was ist da mit dem Eternal, weil Eternal könnte doch sofort da rein starten. Ich bin mir nicht sicher, das hat mir nur jemand aus dem Chat gesagt, Grüße gehen raus. Die Herausforderung soll nur Seasonal sein, ob das stimmt, weiß ich nicht. Und nach der Season 3 soll es erst auch in Eternal kommen. Da werden wir vielleicht auch heute die Patch-Notes abwarten müssen, was da drin steht. Da wurde nämlich nichts zugesagt. Wenn es wirklich nur Seasonal ist und erst nächste Season dann in Eternal kommt, finde ich sehr schade. Aber ihr habt jetzt 6 Wochen Zeit zu sparen und könnt dann in die Leaderboards. Ihr könnt das so oft machen, wie ihr wollt. Die einzige Eintrittskarte, die ihr braucht, ist Weltstufe 4. Und es ist unterteilt in Charakter. Deswegen könnt ihr 6 Wochen lang jeden Charakter hochziehen und damit jeden Charakter die Herausforderung spielen, wenn ihr es wollt und euch auf die Leaderboards packen. Die ersten 1000 kriegen auch eine besondere Belohnung. Also wer da reingrinden will, in 6 Wochen ist soweit. Und da habt ihr nochmal Zeit, den Season-Charakter auf Vordergrund zu bringen. Und das war's. Mehr Spannendes gab es tatsächlich nicht. Es gab nochmal einen lustigen Moment, als sie gesagt haben, dass der Barbar gebufft wird. Die machen den noch stärker. Ich hab mit dem Barbar nicht angegriffen und was Schlachthaus gemacht. Die machen den noch stärker. Sind die dumm? Der Druide wird auch gebufft. Insgesamt werden alle Klassen angeblich nur gebufft. Es gibt keine Änderungen zu Crit und Verwundbarkeit. Allerdings wird die Überwältigung reduziert. Finde ich schade. Sie haben auch gesagt, mit der Änderung zu Season 2 von Crit und Verwundbarkeit wurde jetzt auf einmal so viel Überwältigung gespielt. Das wollten wir eigentlich gar nicht. Wo ich mir denke, ihr habt uns doch gezwungen, Überwältigung zu spielen. Weil Verwundbarkeit ist quasi tot. Da spielt keiner mehr. Das ist total unnötig. Crit kommst du nicht auf genug Schaden. Du musst, also zumindest mal mit den Barbaren und den Druiden, fast schon Überwältigung spielen. Weil du sonst gar nicht auf den Schaden kommst. Und irgendwas, Night by Dungeon 100, Schlachthaus, will ich gar nicht drüber reden, machen zu können. Also, ja, das war nochmal so ein kleiner witziger Moment. Aber das war's. Schreibt mal gerne eure Meinung zu den Kommentaren. Schreibt mal gerne eure Meinung unten in die Kommentare. Ich werde euch der Scamfire unten verlinken. Aber ich glaube, das guckt eh keiner von euch. Weil eineinhalb Stunden wirklich blabla war und es nichts Spannendes gab. Warten wir heute Abend die Patch Notes ab. Da gibt es ja morgen nochmal ein Update-Video zu den restlichen Unics. Ob es einen Uber-Unic gibt. Ob es krasse Buffs und Nerfs gibt. Und vor allem die legendären Aspekte. Und ansonsten sehen wir uns Dienstag live im Stream. Ich werde komplett reingrinden. Ich habe richtig Bock, den Druiden aufzuleveln. Und hoffe, dass viele von euch da mit am Start sind und mit mir reinschauen. Reinschauen in Season 3. Ansonsten würde ich mich wie immer über ein Follow auf den Kanal freuen. Über ein Like auf dem Video. Und sage bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein.